Oh mein Gott Leute, es wurde gerade ein brandneuer Skin in Supergeleakt und ich zeige es euch jetzt, wie ihr es finden könnt. Also das sind wir jetzt erstmal ganz normal im Menü und wenn man auf Polo klickt und zu seinen Skins geht, kann man es hier ganz hinsehen. Er hat einen brandneuen Skin, den noch nicht verfügbar ist und zwar magische Pfoten Polo Skin. Also ich finde, der sieht auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr nice aus. Aber Leute, wie kann man das bekommen? Was glaubt ihr? Schaut mal gerne einen Kommentar.